So, dann wird es auf jeden Fall schon mal wärmer. Hm, ich weiß, mein Freund. Gleich, 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 gleich. Wir gehen jetzt hier noch um. Uah! Ach ja, der Typ. Guck mal. Hast du was interessantes dabei? Irgendwie vielleicht was warmes? Dogfood? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. So, und hier den Ofen kann ich nicht anschmeißen. Ich habe keinen Tinder. Wieso habe ich keinen Tinder? Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Ja, ich weiß. Harvest so. Ähm. Boah, kann man das hier auch irgendwie? Ne, kann man nicht. Basic Gloves. Wool socks. Cotton underwear. Wo ist es? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich nehme hier auch einen Accelerate. Das ist nicht dein Ernst. Da drin kann doch jeder einen fucking... Ich habe da auch Tinderplugs und all so einen Schnauder gefunden. Ein Schal. Schön. Ich brauche Zeitung oder irgendwas. Dreck. Wieder runterlaufen. Eigentlich kann ich Zeitung zerlegen, aber ich habe es da irgendwie nicht gefunden. Vielleicht habe ich mich auch einfach verguckt. Was haben wir hier? Leute, ich will auch bloß Zeitung. Kann doch nicht alles leer sein hier. Oh, das Schicksal ist ein mieser Verräter. So, es heißt... Newspaper Roll. Ich versuche es nochmal. Wieso ist denn das auch... nicht ge... äh... geordnet? Und... Ähm... Nieuws... Was sehe ich das? Quando noch andere wer... Ba 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 ba. Hä? Hm. Sehr seltsam. Ich möchte doch bloß wieder hoch und würde da schlafen. Mein Gott. Das macht mir jedes Mal Angst, wenn ich hochkomme. Komm schon. Jetzt musst du es aber schaffen. Komm schon. Ah, sehr gut. So. Wie lange? So 50 Minuten. Eine Stunde. Nein, stopp, 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 stopp. Oh Gott. Okay. So. Ich muss eigentlich, ach, Entschuldigung. Ich muss eigentlich noch was essen. Ähm, so. Ich esse jetzt mal das militärische Essen hier. 1400 Kalorien, das ist schon sehr gut. Und trinken werde ich auch noch was. Hier habe ich irgendwo Water. So, und jetzt werde ich hier irgendwie schlafen. 5 Stunden, ob ich will oder nicht. Das Feuer geht dann irgendwann aus. Ein Tag, 13 Stunden. Immerhin. Und jetzt geht es gar nicht so schlecht. Also. Thirst. Wir haben wieder ein bisschen Durst. Cold ist uns gerade gesagt nicht. Ähm. Ich habe hier irgendwo noch Water. Wir sind genau. Davon drinke ich noch. Drinke ich noch einen Moment. So. Hunger haben wir ein bisschen. Aber ich will mich hier erst mal weiter umgucken. So. Wir sind dem Tod nochmal von der Schüpp. Oh. Empty. Nochmal von der Schüpp gesprungen. Ähm. Ich kann jetzt noch den Schal umlegen. Der hieß, äh, Wool Scarf, glaube ich, hieß der, ne? Äh. Cotton Underwear. Draußen, scheiße. Draußen ist beschissenes Wetter da. Das ist 0,3. Die werde ich erst mal repairen. Syring Kit, genau. Oh Gott. Basic Wool Scarf. Da, Repair. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und das ist Hunting Knife. Hunting Rifle. Thin Wool Spitter. Cotton Lang Underwear. Genau. Ich muss jetzt hier ein bisschen was reinlegen. Von meinen Klamotten. So. All. Clothing. Basic Clothes. Nee, den Scarf nicht. Die Underwear aber. Die Schuhe erst recht. Die ganzen Mützen, die wir haben. Vollsocken. Okay. Okay. Hä? Da. Ja. Okay. So. Wir tragen Schuhe. Handschuhe. Handschuhe. Einen Schal. Okay. Unterwäsche tragen wir auch. Eine Weste drüber. Eine Jeans. Ähm. Sweater. Also ein Pullover. Eine Mütze. Und Socken. Also sie sind voll angezogen. Ich habe nichts vergessen. Okay. Jetzt müssen wir uns hier mal weiter umgucken. Ja. Hab ich schon geguckt. Hier steht nichts mehr drauf. Der Herr hat auch nichts mehr dabei. Liegt oder steht hier noch was rum? Hier irgendwas übersehen. Natürlich ist hier Dosen öfter nicht. Der ist fast immer hier. Nur jetzt wo ich ihn brauche nicht. Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Feuer oder Bandbeschleuniger ist das sehr gut denn. Davon habe ich ja gerade ein bisschen was ausgegeben. Guck gerade ob immer noch irgendwas drin ist. Ich kann es hier nutzen. Basic Gloves. Ja. Um es auseinanderzunehmen kann ich es benutzen. Ist auch nichts drin. Ist alles leer? Oh ich habe hier echt kein Glück ey. Energy Bar. Noch eine Energy Bar. Ja immerhin. Mist. Nicht hier noch was? Ja. Drape Soda. Ha. Na gut. Ich sollte mich nicht beschweren. Ich habe immerhin das Hunting Knife. Äh Hunting Knife auch. Oder Hunting Rifle. Ich kann es jetzt mal hier auseinandernehmen. 20 Uhr. Scheiße. Ist auch noch dunkel draußen. Da kann ich nicht wirklich viel anfangen. So. Mütze. Tragen wir alles. Tragen wir alles. Tragen wir alles. Tragen wir alles. Hunting Knife. Mütze möchte ich gerne behalten. Simple Tools. Pry Bar möchte ich auch gerne behalten. Basic Gloves. Basic Gloves. Hä? Oh wir sind immer noch relativ müde. Hunting Knife. Was fehlt denn? Für Firewood. Das Hunting Knife. Verdammt. Die Downweste. Die werde ich mal versuchen zu reparieren. Denn 41% ist doch relativ gering. Increased. Sehr gut. Cotton Long Underwear. Was haben wir denn noch mit gering? Abgesehen vom Hunting Knife. Ich will alles wenigstens über 50% behalten. Aber das scheinen wir alles auch zu tragen. Hunger haben wir. Dann ist mal ein bisschen was. Ja wir haben auch. Wir haben relativ wenig. Wir haben doch noch Miet. Ich will ja nicht dass das verkommt. Und bevor ich das andere aufbreche. Water. Da guckt. Oh jetzt wird es auch verdammt dunkel hier. Mist. Also eigentlich müsste ich mich nochmal hinlegen. Und gucken dass ich jetzt noch irgendwie die nächsten. Ja neun Stunden. Scheiße. Boah ist hier gar nichts mehr. Ach du Scheiße. Das wird ja schnell dunkel. Kann ich dich nochmal anmachen? Newspaper Roll. Also ich guck hier nochmal in meinem. Ob ich hier noch irgendwas machen kann. Chfoot. Ne. Huh. Start Fire. Repair. First Aid. Nix. Hab ich eigentlich eine Map? Ne. Not Available. Simple Map. Achso. Not Available in Alpha. Okay. Warum gibt es hier keine Newspaper Roll? Doch da ist sie doch. Hä? Hab ich die vorhin übersehen? Auf jeden Fall kriege ich dadurch ein bisschen Tinderplug zusammen. Das ist schon mal ganz gut. Und reclame Wood ein. Tinderplug. So. Dann sehe ich mich ein bisschen was. Dann esse ich nochmal was. Trinke ich nochmal was. Und packe mich nochmal hin. Ja genau das wollte ich auch gerade sagen. Wie kann er das denn nicht schaffen darin Feuer zu machen? Jetzt mal ernsthaft. Oh komm. Jetzt haben wir es doch gleich. 56 Prozent. So. Oh. Wir haben Hunger und wir haben Durst. Das kriegen wir hin. Wolf Meat Cooked Eat. Sehr gut. Und Durst. Ähm. Water. Nein. Water Unsafe. Äh. Water Portable. Oh. Durst. Wie sau. Was ist denn hier los? Hab ich noch eine Ego Soda dabei gehabt? Ähm. Hallo? Da. Summit Soda. So. Auch gesehen von Fatigu geht es uns gut. Und wir schlafen. Bis 5. 7 Stunden. 7 Stunden für einen erwachsenen Mann sollte locker reichen. Und dann gehen wir nochmal zum See. Zwei Tage 20 Minuten. Das. Äh. Ich bin stolz. So. Wieder Durst wie sau. Aber das ist normal nach dem Schlafen. Also nach dem Schlafen scheint man immer mehr Durst zu haben als Hunger. Ist ja auch ganz okay so. Ich sollte mir dringend Wasser abfüllen ey. Ich muss das Wasser irgendwie abkochen. Aber dazu brauche ich jetzt wieder ein bisschen Feuer gedöns. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mit Feuerproblemen zu kämpfen habe. Hunger. Hier ist mal noch eine Energy Bar. Davon haben wir noch ein paar. So. Dann überlege ich noch ein bisschen was hier zu lassen. Wie viel trage ich denn gerade bei mir?